Leute, ihr werdet es nicht glauben können, welche Information ich jetzt im Bitcoin-Chart gefunden habe. Und zwar eine Information, die uns klipp und klare Hinweise darauf geben könnte, wohin wir denn jetzt mit dem Bitcoin-Preis gehen werden. Ob dieser Bullrun bereits zu Ende ist oder ob wir jetzt gerade erst starten und noch weiterhin einen Preisanstieg erwarten können. Genau über diese Information, die ich hier aus dem Bitcoin-Chart rausfiltern kann, möchte ich mit euch in diesem Video ganz genau und detailliert sprechen. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video definitiv bis zum Ende anschaut und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da, abonnet diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Videos und diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert und ihr diese Information braucht. Aber bevor wir mit unseren Charts anfangen, möchte ich euch hier noch auf eine sehr wichtige und sehr spannende Sache hinweisen. Und zwar hauen wir aktuell in Zusammenarbeit mit Bybit 200 Dollar komplett kostenlos pro Anmeldung raus. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist hier diesen Link in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit. Innerhalb von 15 Sekunden habt ihr euch einen neuen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr die 200 Dollar komplett kostenlos und komplett unverbindlich, mit denen ihr freitraden könnt und die Profite, die ihr erzielt, könnt ihr dann auch wieder problemlos von der Börse abheben. Und stellt euch einmal vor, ihr benutzt lediglich einen 10er Hebel. Somit wären das Ganze schon mal 2000 Dollar, die ihr komplett frei ohne irgendwelche weiteren Verbindlichkeiten erhaltet. Das Spannende an dieser ganzen Sache ist, sobald ihr euch mit meinem Link einen Account bei Bybit erstellt, qualifiziert ihr euch automatisch für immer die jeweils beste angebotene Boni von Bybit in Zukunft. Vielen Dank Leute und wir starten direkt mit unserem Bitcoin Chart und direkt am Anfang möchte ich eben noch auf das Pattern aus meinem letzten Video zu sprechen kommen. Und zwar habe ich gesagt, dass wir hier an dieser Stelle ein sich bildendes W Pattern hatten und ich hatte auch gesagt, dass wir höchstwahrscheinlich nach oben ausbrechen aus diesem Pattern. Und nun können wir erkennen, dass wir genau so, wie ich es vorher gesagt hatte, hier oberhalb von dieser Neckline ausgebrochen sind bzw. hier aus diesem W Pattern ausgebrochen sind und zwar nach oben. Unsere Neckline hier aus diesem W Pattern lag in etwa bei 58.200, 58.300 und wir sind nach dem Ausbruch kurzfristig sogar bis auf den Preis von 59.400, 59.500 hochgegangen und jetzt aktuell befinden wir uns bei einem Preis von 58.908. An dieser Stelle können wir unser Preisziel aus unserem W Pattern erkennen, welches in etwa bei 60.000 Dollar liegen würde und meiner Meinung nach ist das sehr realistisch, dass wir dieses Preisziel jetzt in den nächsten Stunden bzw. in den nächsten Tagen erreichen werden. Und nun möchte ich zum spannendsten Teil von diesem Video kommen und zwar, wie ihr es erkennen könnt, haben wir hier in unserem Bitcoin Wochen Chart wirklich ein sehr, sehr bullisches Pattern, welches diese Woche definitiv ausbrechen muss. Und die Frage jetzt aktuell ist einfach nur noch, ob wir darüber ausbrechen werden oder ob es vielleicht so kommt, dass wir hier nach unten ausbrechen, diese weiße Support Linie hier durchbrechen und danach diese Wochenkerze unterhalb von dieser Linie abschließen. Wie ihr wisst, ein Ascending Triangle ist ein bullisches Pattern und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben ausbrechen, ist ein kleines bisschen größer, als dass wir nach unten ausbrechen. Und jetzt, so wie es gerade aussieht, befinden wir uns so ziemlich genau auf dieser oberen Widerstandslinie und wenn wir mit dem Preis ein kleines bisschen weiter nach oben gehen können und diese Woche oberhalb von dieser Linie abschließen können, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann mit dem Bullenmarkt weitermachen werden. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch die andere Seite der Medaille. Wenn wir hier diese weiße Linie nach unten durchbrechen sollten, sieht es allerdings für den Bitcoin-Preis in den nächsten Wochen nicht so gut aus. Meiner Meinung nach, wenn wir hier unterhalb von dieser Linie fallen sollten und dort im schlimmsten Fall diese Woche abschließen sollten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Bullenmarkt jetzt erst einmal beendet ist beziehungsweise erst einmal pausiert. Und natürlich möchte ich euch auch wie immer unser Preisziel hier aus diesem Ascending Triangle zeigen. Wenn wir hier einmal diese beiden Linien wie immer verbinden und diesen Balken einmal hier oben hinziehen, können wir erkennen, dass unser Preisziel aus unserem Bullischen Ascending Triangle so in etwa bei 80.200, 80.300 liegen würde, welches wir dann in den nächsten Wochen, wirklich in den nächsten Wochen mit dem Bitcoin-Preis erreichen könnten. Ich werde euch natürlich wie immer über meine Channels, die ihr unten in der Videobeschreibung findet, up-to-date halten. Ihr könnt mir sehr gerne auf meinen Channels folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und das war es von mir für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir wie gesagt definitiv einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Genau zu dem Zeitpunkt, wenn etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert und ihr diese Informationen braucht. Vielen Dank Leute und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.